Der Kommunikationsdschungel ist wild und undurchsichtig. Hier den richtigen Weg einzuschlagen, ist gar nicht so leicht. Beim 1x1 der Wissenschaftskommunikation bekommt ihr für eure ersten Schritte die richtige Starthilfe. Wo geht es lang? Wie falle ich dort auf? Warum sollte ich mich überhaupt in dieses Dickicht begeben? Fragen über Fragen und Antworten, die bekommt ihr bei uns.